Herzlich willkommen zu einer neuen Abendausgabe von John Gossens der Lidax heute am Dienstag, dem 28. Januar 2020. Wir blicken auf die heutige Entwicklung des deutschen Aktienindex. Der Aufwärtstrend konnte nun zunächst verteidigt werden. Das ist zumindest schon mal ein positives Zeichen für den deutschen Aktienindex. Nichtsdestotrotz Vorsicht, Entwarnung würde ich hier keineswegs geben. Das Ganze könnte sich eben jetzt in einer wirklichen ABC-Korrektur beispielsweise durchsetzen. Das heißt, wir haben die erste Abwärtsbewegung gesehen, jetzt kommt die Konsolidierung und übergeordnet folgt die nächste Abwärtsbewegung mit Ziel dann 12.950 Punkte. Also hier, wie gesagt, noch ein wenig vorsichtig sein und deshalb mahne ich hier auch trotz heutiger Kurserholung von 0,9% eher zur Vorsicht. Bei der Infineon Training Idee, Start 14. Januar. Sie sehen es hier, hat sich bislang nicht so viel geeignet. Ein kleines Kurs Plus liegt hier aktuell vor, aber das ist jetzt noch nicht wirklich der Rede wert. Sollte sich eben der Kurs etwas weiter nach unten entwickeln, dann werde ich auf jeden Fall den Stopp deutlich nachziehen in Richtung 50 Cent beispielsweise aktuell ausgegeben. Im Anlass heraus sehe ich hier jedoch noch keinen Grund dafür. Infineon. Ich hatte es heute Morgen angekündigt, habe nicht nur ein Trading-Idee-Update, sondern auch eine neue Trading-Idee startet und zwar ein sogenannter Short-Trade auf E.ON. Denn der Energieriese hat eine wirklich starke und dynamische Aufwärtsbewegung hinter sich. Man sieht jetzt, es ist ein deutlich überkaufter Bereich im Wochenstart. Wir steuern auch jetzt hier auf altbekannte Widerstandszonen zu in der Region eben von 10,50 bis 10,80 und ich glaube, dass eben auch in diesem Bereich wieder die Kurs-Rallye, die E.ON-Aktie zu Ende gehen wird und auch eine Konsolidierung dann letztendlich hier auftreten wird. Deshalb die WKN, der Startkurs und den entsprechenden Stopp werde ich Ihnen noch im Verlauf der Woche mit an die Hand geben. Also auch hier entsprechend natürlich dann wie üblich, um komplett zu sein, hier alle Details für Sie dann zur Hand. In diesem Sinne einen schönen Abend nun und bis morgen früh, dann wieder mit dem Blick auf die Wall Street.